Alexander Möst TV-Hilf-Woldstein gegen seinen ehemaligen Mannschaftskameraden Michael Ziegler und da sind sie alle versammelt, die Hilf-Woldsteiner inklusive Manager Bernd Beringer. Applaus 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 Ich habe jetzt mal dem Felix Bindhammer einen schriftlichen Verweis erteilen müssen. Der spielt da den Wösner ein und am Schluss haben wir wieder das Theater. Ja, muss ich doch selber auch einspielen. Ja, ist also. Ja, war ja nur ein Scherz. Applaus Vielleicht keiner meiner Besten. Aber so richtig gute habe ich ja ohnehin nicht. Unglaublich, der Typ ist man selbst nicht. Applaus Ich habe da mal ein wenig probiert, aber ... Applaus 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 Das ist eigentlich nicht wirklich die richtige Seite dafür. Ist eigentlich nicht wirklich die richtige Seite dafür. Applaus 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 Applaus